So, ich habe versucht Kenny gerade ein bisschen zu striegeln, also zu entharmen und es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, also ich kann das bis zur Unendlichkeit machen. Vielleicht können wir ja so ein Smilodox T-Shirt oder so einen dicken Hoodie aus Kennys Haar machen, so auf Limited Edition. Irgendwie so nur fünf Stück auf der ganzen Welt. Smilodox, Kennys, Haar-Hoodie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020